Weil ich glaube, das ist das Hauptproblem, wenn man mit Leuten dann spricht, die dann sagen, ja, mein Unternehmen ist gar nicht so besonders, es geht dabei los, dass sie denken, ich bin ja gar nicht so besonders. Hallo und willkommen hier zum nächsten Video. Heute geht es um ein sehr spannendes und sehr wichtiges Thema, was die Grundlage von sehr vielen Dingen, die bei dir in Zukunft passieren werden, einfach bildet. Und das ist das Thema, dass du dich selber in deinem Unternehmen auch wirklich feiern solltest. Mal ganz einfach gesagt. Ich bin hier mit dem Marvin wieder, erstmal zur Einleitung, bevor der Marvin hier loslegt. Ich bin natürlich auch dabei. Ja, ich bin der Alex, genau. Und dann gleich mal ein, Marvin. Ja, genau. Also, du hast ja gerade gesagt, dass man sich und sein Unternehmen feiern sollte. Da ist natürlich die Frage, was heißt eigentlich, sich feiern sollte? Und dann die Frage, die sich anschließt, warum ist das so? Mit feiern meint Alex jetzt, du musst wirklich hinter deinem eigenen Unternehmen und auch hinter den Produkten, die du anbietest und verkaufst, musst du wirklich zu 100% dahinterstehen, damit, und jetzt kommt es mehrere Sachen, damit du zum einen natürlich die Kunden auch überzeugen kannst, damit du auch nach außen eine geile Ausstrahlung hast, damit die Leute auch gerne zu dir kommen. Aber, und das ist auch eben sehr, sehr wichtig, damit du auch Fachkräfte gewinnst. Und das ist eben ein Aspekt, den unterschätzen sehr, sehr viele, weil sie sagen, naja, mein Unternehmen ist ja nicht so besonders und ja, wir sind ja hier nur eine kleine Bude und so. Und das ist meistens der Grund, ne? Also, sehr, sehr viel hängt generell von deinem Selbstbild, von dir selber ab, ne? Wie denkst du über dich selber? Wie denkst du über dein Unternehmen? Letztendlich ist dein Unternehmen so eine Art Abbild von dir selber. Und fast alles im Leben hängt davon ab, wie du dich selber siehst, ja? Und, ähm, je nachdem, ob man jetzt sagt, naja, mein Betrieb ist ja hier auch nur eine kleine Klitsche oder so, oder ja, hier, wir sind nicht so Besonderes und so weiter. Wenn du selber das schon denkst, ja, dann strahlst du das auch nach außen aus und dein Unternehmen auch. Und dementsprechend werden auch, ähm, andere Fachkräfte, die sich umschauen auf dem Arbeitsmarkt, die werden dein Unternehmen dann auch nicht so attraktiv ansehen, wenn du, oder wenn ihr im Bewerbungsgespräch seid oder so, die mal bei dir reinschnuppern. Ähm, wenn die merken, dass du selber von deinem Laden nicht so überzeugt bist und das nicht selber feierst, was du machst, was du für deine Kunden ablieferst, ne? Was du für Lösungen anbietest und so weiter oder wie ihr im Betrieb miteinander arbeitet, wenn das nicht der Fall ist, dann wird diese Person das spüren und, ähm, ja, dann nicht zu dir gehen. Ja, genau. Es ist halt, also wir sehen es halt bei uns zum Beispiel, wenn wir mit Partnern die Strategiegespräche führen und wir schon feststellen, die finden ihr Unternehmen überhaupt nicht geil. Also, ja, wir fragen sie halt, ja, was sind jetzt die Gründe, dass Leute bei dir arbeiten? Teilweise zehn Mitarbeiter, ne? Ja, deswegen arbeiten die bei dir. Ja, wir machen eigentlich alles anders, also genauso wie die anderen, so. Es ist nichts, was wir anders machen. Denke ich mir auch, ja, also, ihr hättet keine acht Mitarbeiter, wenn ihr komplett langweilig wärt, so. Und die Leute, die von Anfang an halt sich übelst feiern und sagen, yo, ey, wir sind das geilste Unternehmen, wir sind voll fortschritt, wir machen das und das und das und das. Und ich weiß im Kopf, das machen die anderen auch, ne? Trotzdem weiß ich, die werden Mitarbeiter finden, weil die es genauso rüberbringen können im Bewerbungsgespräch. Ja. Und es macht eben Unterschiede, ob ich dem Bewerber dann sage, ja, also, im Endeffekt, das hast du nicht, wie sagst du, bist du bei uns beworben? Weil im Endeffekt sind wir auch nur wie alle anderen. Sagt man natürlich nicht so, man bringt es rüber. Ja. Oder man sagt, ey, wir sind das geilste Unternehmen, natürlich hast du dich beworben bei uns, natürlich willst du bei uns anfangen, ne? Erzähl mal, was kannst du uns mitbringen? Ja. Das ist etwas ganz anderes einfach. Und das macht wirklich ganz, ganz großen Unterschied aus, auch wie du Leute erhalten kannst dann. Weil wenn es für dich selbstverständlich ist, dass du das geilste Unternehmen hast, dass die Leute richtig motiviert sind, dass die Leute richtig Bock haben, du selber motiviert bist, da ist das eine ganz andere Arbeitatmosphäre. Und sowas kann man faktisch mit Geld nicht kaufen. Nee. Kann man nicht. Kann man erstens nicht kaufen und zweitens, das Wichtige ist ja, dass es gar nicht so krass außergewöhnlich sein muss, was du machst, ne? Also, du musst gar nicht so exorbitant geiler sein als alle anderen oder so viel mehr bieten. Es geht einfach nur darum, wie du selber das Ganze auch siehst, ne? Also, oder du musst halt Gründe finden, die dich selber auch davon überzeugen, dass das, was ihr macht, gut ist, ne? Also, dass ihr zum Beispiel eine geile Qualität abliefert oder auch mal so eine kleine, ja, wir sagen immer so eine kleine Vision, ne? Also, klingt natürlich so ein bisschen, ja, hochtrabend, sag ich mal, aber mal so ein Bild davon zu haben, wie soll es eigentlich mit dem Unternehmen weitergehen, die nächsten fünf oder zehn oder zwanzig Jahre, ne? Was will ich eigentlich mit dem Unternehmen erreichen, ne? Man kann sagen, ja, ich habe eine Vision, aber man kann auch einfach sagen, na, wir wollen die besten Terrassendächer in Niedersachsen wollen wir haben, ne? Oder wir wollen die Nummer eins sein für Küchen, ne, mit Granitplatten, keine Ahnung. So, und einfach den Leuten mal so einen Punkt mitzugeben, zu sagen, in diese Richtung wollen wir und da wollen wir hin, das ist einfach sehr, sehr wichtig, weil Leute, ähm, also du musst dir das vorstellen, dein Unternehmen ist wie so ein fahrender Zug oder, ja, man kann auch sagen, wie so eine, wie so eine Art Rakete quasi, ne? Kann man sich vorstellen wie so eine Rakete, die halt abhebt und da sitzt du drin mit deinen Mitarbeitern und es geht eben darum, was steht auf dieser Rakete drauf, ne? Was steht da drauf, wo will die hin, ne? Und dann geht es so, Beispiel, ein bisschen besser, weil man kann bei einer Rakete nicht einsteigen. Ja, ist ein valider Punkt. Also du musst dir vorstellen, es ist im Prinzip wie so ein fahrender Zug, ja, und auf dem Zug steht quasi oben so eine, ähm, so eine Art drauf, nächster Halt, ja? Und dann musst du dir halt vorstellen, was steht da drauf bei dir, ja, wenn da, äh, und Leute dann den Zug sehen und sagen, nächster Halt, ähm, geiles Unternehmen, wir wollen wachsen, wir haben Bock, Gas zu geben, wir wollen gute Qualität liefern und wir machen unseren Kunden happy und das und das ist unser Ziel. Da habe ich viel mehr Lust, da einzusteigen und mit dabei zu sein, ne? Als wenn ich, äh, einen fahrenden Zug habe, wo oben steht so, ja, nächster Halt, keine Ahnung und nächster Halt, äh, mal gucken, wo es hingeht. Da steige ich nicht ein, da weiß ich nicht, worum es geht und da, da will ich auch nicht dabei sein, ne? Ja. Und, äh, deswegen ist das halt sehr, sehr wichtig, da auch, ähm, den Leuten das mitzugeben. Ja, die Grundvoraussetzung dafür ist vor allem aber auch, dass du einen gewissen, äh, einen gewissen Selbstwert auch bei dir siehst, ne? Dass du auch sagst, okay, ich bin auch in der Lage, sowas zu kreieren. Weil ich glaube, das ist das Hauptproblem, wenn man mit Leuten dann spricht, die dann sagen, ja, mein Unternehmen ist gar nicht so besonders, geht dabei los, dass sie denken, ich bin ja gar nicht so besonders, ich konnte gar nichts Besonderes aufbauen. Dabei ist das, was die eigentlich geschafft haben, schon sehr besonders, ne? Also das geht oftmals schon bei dir los, auch wirklich die kleinen Erfolge im Leben einfach mal niederzuschreiben und zu sagen, hey, das und das habe ich schon geleistet, ich kann auch das und das leisten und dann die Mitarbeiter auch mitzunehmen auf den Weg und, also, das ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte, weswegen, weswegen Fachfirmen da faktisch gesehen unattraktiv werden. Ja, das ist natürlich das ganze Thema Mitarbeiter, aber ein wichtiger Punkt ist auch noch das Thema, also Produkte verkaufen, ja, also Kunden gewinnen, weil wenn du von deinen Produkten, die du anbietest, wenn du zum Beispiel Händler bist und du hast jetzt nicht die besten Produkte oder du glaubst das auch, wenn du von deinen Produkten nicht zu 100 Prozent überzeugt bist, dann wird das auch in jedem Beratungsgespräch dazu führen, dass du halt weniger Abschlüsse machst und auch deine, wenn du das auch ausstrahlst und deine Verkäufer zum Beispiel dann die Beratungsgespräche machen, das zieht die auch runter, wenn die sagen, naja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob der Kunde dann damit so happy ist mit der Qualität und also an der Stelle dann der Appell, viele sagen, ja, dann musst du einfach noch besser verkaufen können, finde ich nicht so cool, weil am Ende wollen wir halt geile Qualität abliefern und dann muss ich mich halt als Geschäftsführer kümmern, wo bekomme ich eben die geilsten Produkte her, wenn, also ich zumindest muss da zu 100 Prozent dahinterstehen, das, was man anbietet, das muss man, da muss man auch dahinterstehen können, meiner Meinung nach, definitiv und wenn das nicht so ist, dann muss man sich irgendwie umschauen, wie kann man das lösen, also wie kann ich halt was finden, was für die Kunden eine bessere Lösung ist, was eine höherwertige Qualität hat und so weiter, das kann man nicht auf sich sitzen lassen, weil das hat dann so einen Abwärtsspiraleneffekt, weil du bist dann, du stehst dann nicht so sehr hinter deinen Produkten, dann stehen deine Verkäufer nicht so sehr hinter den Produkten, dann die Monteure, die dann vor Ort sind beim Kunden, die stehen da auch nicht dahinter und du kannst das ja auch gar nicht kommunizieren, dass ihr gute Qualität oder gute Produkte macht. Es gibt ja auch kein richtig oder falsch, ich meine, wenn ich Marketing sage, ich will eine Kampagne machen und die Kampagne, das Ziel, Mitarbeiter zu finden oder Kunden, dann kann ich messen. Wenn ich aber sage, ich will jetzt ein Fenster haben oder eine Haustür oder so, dann ist halt mein Anspruch gut, das Ding soll dann auch am Ende dicht sein und soll dann auch zu sein, aber ob das jetzt so oder so designtechnisch ist, findet ja auch jeder anders gut, also es gibt da ja auch nicht, dass man sagt, okay, das ist jetzt das perfekte Terrassendachs, sondern man sagt, okay, der Kunde möchte das und ich liefere dem genau das, der Nächste möchte das und die Kunden, die das, was ich gut mache, was ich gut kann, möchten, die werden auch zu mir kommen. Da muss man sich auch nicht verstecken, weil man sagt, ja, ich kann aber nicht die Riesendächer liefern. Ja, dann mach die kleineren Dächer und mach die halt richtig gut. Und solange du dir halt sicher bist, dass die kleinen Dächer, die du dann in dem Moment machst, dass du die richtig gut machst, dann sind die Kunden auch, dann werden die auch happy damit sein und dann werden die das auch wertschätzen und auch zu dir kommen, weil die das einfach spüren, dass du da voll dahinter stehst und dafür brennst. Also wichtig da halt nochmal der Appell, sollte das nicht so sein, dann ist halt meine Philosophie nicht zu sagen, okay, man muss dann einfach noch besser verkaufen können, sondern dann muss man sich halt darum kümmern, wie schafft man es eben, da wirklich völlig dahinter zu stehen. Da kann man nochmal Bezug nehmen auf ein anderes, auf eine Podcast-Folge, glaube ich, von uns, die heißt Thema Eigenverantwortung, kannst du auch gerne mal nachsuchen nach der Folge. Da reden wir auch darüber, wie kann ich es denn möglich machen? Ja, unsere Qualität ist nicht die beste. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass sie die beste wird? Das ist das gleiche Thema. Das hat man ja alles selber in der Hand im Endeffekt. Das, was alles in der aktuellen Unternehmen besteht, ist ja auch von dir oder zumindest von anderen Menschen, deinem Vater oder so, geschaffen worden oder den Vorbesitzer geschaffen worden. Du kannst das halt natürlich auch umändern, wenn du es möchtest. Ja, klar. Sehr gut. Wir hoffen, dass da ein paar Sachen für dich dabei waren. Letzten Endes geht es ja immer darum, auch seinen eigenen Wirkungskreis weiter zu optimieren, zu erweitern einfach und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Und alles andere wird einfacher. Wenn du das Ganze feierst, was du machst, wird alles einfacher. Du wirst mehr Spaß haben, deine Kunden werden mehr Spaß haben, deine Mitarbeiter werden mehr Spaß haben. Also du findest einfach cool, wenn du es nicht cool findest, frag dich, warum du änderst. Ganz simpel. Ansonsten, wenn dir das gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, lass gerne ein Like da. Schreib keine Fragen, wo du sagst, hey, da hast du jetzt irgendwie das Gefühl, das siehst du anders oder so. Dann können wir uns sehr gerne darüber austauschen. Ansonsten dir eine erfolgreiche Zeit und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Mach's gut.